Ich bin entschuldigt, dass ich meine Dinge gezeigt habe. Was hast du gemacht, Dreller? Ich brauche nicht, dass ich küsse und küsse. Aber ich brauche auch, dass ich küsse. Nein! Was haben wir denn hier überhaupt offen? Da oben was mit Cletus. Martin Madrazo. Dann fahren wir zu Martin. Hans! Und wenn du Zeit möchtest! Es ist total für dich! Ah, jetzt können wir Chefkoch auch für Raubbefälle einstellen. Ab auf den Highway, Freeway, was auch immer. Da ist der Truck hier auch voll am Samstag. Laut! Genau, das fehlt. Okay! So, dann sind wir ja auch endlich da. Michael ist wohl auch da. Was ist das? Es ist eine Sache. Du sagst, du wolltest arbeiten. Das ist Arbeit. Aha. Und wer ist der Typ? Du siehst. Ja? Ja? Hallo. Wir suchen einen Herr Madrazo. Patricio, für fuck's sake! Lass ihn in! Right this way, gentlemen. Patricio! Get us something to drink with you. Quickly! Hey, good to see you again, Michael! Also. Das ist mein Freund, Trevor. Sit down. Sit, sit, sit. Warum hast du ihm gesagt, dass ich über... Martin Madrazo? Martin ist ein altes Freund von mir, Trevor. Die Wahrheit. Martin ist ein psychopatischer Typ, der versucht mich zu töten. Genau. Aber einige Leute... sie nicht mehr Angst haben mich so viel wie sie mit mir sind. Die Leute, die mit mir tragen. Meine Freundin... Sie verabschieden mich, Michael. Well, es ist wahrscheinlich... er denkt, dass ich mich zu testieren. Also habe ich ihn getötet. Ich werde auch. Von dir. Unsere Schuld wurde verletzt. Das ist ein favorer. Für ein Freund. Das ist ein Freund. Das ist ein Freund. Aber das ist nichts. Ah, hallo? Was ist das Problem? Das ist er. Javier. Er ist fliegt nach Liberty City diese Nacht. Und er hat einige... von mir. Von mir. Von mir. Von mir. Von mir. Von mir. Ich habe einen Mann, auf dem Flugzeug. Ich habe einen Mann, auf dem Flugzeug. Ich werde euch wissen. Und wenn er fliegt, einen Spie. Schrauben sie runter. Und die Fälle zurück. Ein Mann, was ist das? Huh? Trevor. Komm schon. Du willst noch einen Drink? Nicht jetzt! Pendeja! Was ist das, was ich hier? Alles klar. Du holst ein Fahrzeug. Was versatil. Ich werde den Kugeln. Alles klar. Gut. Auf zum Observatorium. Hey. Und wir bleiben uns auf den Kugeln. Oh, verdammt. Entschuldigung. Mike! 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 Hey, da! Ich habe ein paar Schmerzige Dirt Bike. Ja, okay. Ich bin noch nicht auf dem Observatorium. Start zu gehen. Das ist das Weg. Ich weiß, warum du mich da hast, zu diesem Mann. Entschuldigung. Entschuldigung? Er ist ein verrückter Psycho? Und dass du das in der Gemeinschaft hast? Was ist das? Wir haben ihn für ihn. Wir haben ihn für ihn. Wir haben ihn für ihn. Wir haben nicht für ihn für jemanden. Aber ich lebe dich, man. Lass und klar. Was bist du? Was bist du? All das Aztec stuff. Those weird little... Artifacts. What? Little Fertility Statues, whatever. The guy has trouble getting it up. We'll clear two, three million on those. Easy. Perverts will pay anything for hope. We weren't casing the joint. We didn't agree to a fee for this job. So what's it all about? Okay. The guy lives well. That don't mean we're robbing us. But it does mean he's got money to pay people who would help him. When the time comes, he'll do the right thing. If he don't, please, let me handle it. You don't get a wife like that without being rich and an asshole, right? Hmm. No. So, anyway, then we're already there, eh? Where is he? Alright, I see the gun with the gun in it. Are you nearby? Not far out. Shoot the plane down and I'll be ready. T, if you could see this gun, it might convince you, Martin Madrazo ain't someone to be messing with. The fancier the gun, the bigger the pussy who owns it. Now take down the jet! There he is. We're on the red point aim. Then, you have to shoot in front of the gun. Got it. Another hit. Und nochmal getroffen. Oh shit! The fuck Trevor? We're plugged into the air traffic control channel. Keep me updated. Oh, my God. Yeah, I just think he's pretty cool. And there you go. That was my fail grade. Haha. I got to take this off road if I'm still with the plane. I got to take this off road if I'm staying with the plane. You think I can clear two lanes of traffic? Woaah! Das ist Flight November 9er Charlie Echo. Unsere Engine Nummer 2 ist flogen. Roger, November 9er Charlie Echo. Fly heading 2-4-0. Seid ihr Seuls an Bord. Weben ist ja nicht so viel. Schnellere Ego-Perspektive 1. Flight November 9er Charlie Echo. Seid ihr Seuls an Bord. Schnellere Ego-Perspektive 2. Schnellere Ego-Perspektive 2. Alle Hydraulik sind weg. Alle Hydraulik sind weg. Roger, November 9er Charlie Echo. Woher sind wir jetzt? Wir werden nicht den Weg machen. Wir werden den Scheidern auf den Scheidern. Wir werden den Scheidern auf den Scheidern. Das ist ein Teil der Mission. Was machst du da da? Wir haben ihn? Ich bin auf ihn. Er hat über die Luftfläche. Lernen wird nicht schön sein. Wo bist du? Los geht's? Wo sind die Luftfläche? Wo sind die Luftfläche? Sie machen das Luftfläche? Wir können nachbelangeln. Ich muss nachbelangeln. Dann muss ich nachbelangeln. Ich bin da nicht. Wir müssen nachbelangeln. Oh Gott! Oh Gott wird euch aber nicht helfen. Warum weil ich den Chat nicht sehe? Wir müssen uns bezahlt werden! Mach nur den Scheiß! Job! Ich werde uns bezahlt auf der Straße! Wer hat dich? Martin? Keinen Überlebenden. Tee, wie geht's das? Alles gut, alles gut. Ich habe die Daten. Ich werde sie in Madrezzo und erzähle den Kosten der Menschen dieser Erend. Oh, take it easy, man. Listen to me. Wir sprechen über das später. Ich möchte, dass du die Daten ausfüllen kannst. Ich muss diese Riefel ausfüllen, dann reden wir. Okay. Das ist das Gewicht. Ähm, wie habe ich das hingekriegt? Frag out! So, jetzt brauche ich hier ein Auto. Da kommt noch eins. Naja. Aim sollte man schon... ...können. Und töten auch! Boah! Keinen Überlebenden. Was? Es wurde eine Veränderung von Plänen. Du musst nicht zum Riefelkommen kommen. Du möchtest mich bei Stoner Cement Works. Ein bisschen nach Sonora Road von dort. Was machst du, Trevor? Nichts, was du nicht machen würdest. Trevor! Trevor! Ich würde es nicht machen. Ich glaube, dass ich das nicht glaube. Ich würde es nicht lassen. Ich werde dann auf da. Du bist schade, bin ich dran. Okay. Auf zu Trevor! Ich kann den Ball einfach abkürzen. Ich habe nur wieder einen Baum. Okay. Wir haben das so lange gefahren, wenn dir nichts passiert, ey. Mann! Warum verkeilt sich irgendwie jedes Auto mit einem anderen Auto, wenn ich dazwischen zwei hin durchfahren will? So. Was gibt's? Wo ist er? Was ist passiert? Warum hat er seine Auto? Mann! Das Kerl von Turd! Keine Ahnung, dass die Leute ihn in den Kopf schrauben. Was ist passiert? Oh shit! Oh shit! What the fuck did you do? Oh, I just told you what I just did. Oh shit! Oh shit! Ah, unfortunately, I think that we're gonna have to lay low for a little while while you know, we discuss things with Martin. Oh, you think? Why don't you hop in the back? Why don't you hop in the back? Alright now, Patricia. She already called shotgun. Haha! Now I know a nice little place we can hang out. You know, it's a very relaxing little spot. A little getaway, if you will. A cabin in the woods. You know what I'm saying. Okay. Oh, that was the mission. Come on, boys. Come on. Come on. Hey. Guter Tageslohn! ...oh, tiene husky. Da kann ich nicht fått machen, um das... ...und oversense kriegen wir hier... ...fotosenden. Was war das denn hier? Was war das? Hä? Fremdenverkehr Ach, keine Ahnung So Ja, aber dann würde ich mal an dieser Stelle sagen Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Break GTA 5 Das war dann ja